Dankeschön für das Gelegenheit an diesem Abend, dass die alle gekommen sind, dass die nicht schädigt sind, und das Verlangen hat mehr und Gott seine Worte hören. Und wir haben von der, vielleicht einer oder andere sagt, vielleicht eine Wuppost-Thema, ich habe keine Themen, wovon Erweckung soll der Rede sein, wenn man Erweckungsthemen bringt, und dann diese Frau, warum verlieren Eltern ihre Kinder? Ähnlich ist es auch so. Wir können nicht anders, wenn wir sagen, dass wir eine Erweckung beleidigt haben, oder dass wir nur eine Erweckung sind, dann müssen wir das Familienleben ihres nehmen. Das geht nicht, dass wir ein lauert, glückgeltiger Familienleben führen können, interessiert sein, dass wir eine Erweckung beleidigt haben. Wenn wir das Leben in der Gemeinde leben, das fängt einmal im Horten an, wie in jedem einen persönlich. Aber dann geht es in der Familie. Wenn wir das Leben in der Familie nicht erst leben, dann kann wir auch niemals erwarten, dass das Leben in der Gemeinde sein wird. Weil es in der Gemeinde erst ähnlich muss, so lebendig, als wird die Familie lebendig sein. Sind Sie mit der Verstehung? So, wir können nicht in kaputtet Familie leben haben, in sein Obereck sein, mutig im Herrn Jesus Christus. So, das ist wichtig, dass wir das Leben mit der Familie, auch mit unseren Kindern Ehrens nehmen. Und ich kunde ein Thema, ich wurde ein Thema vielleicht, und ich konnte es so genannt haben, dass wir die Älderen älteren können. Für den Glauben. Vielleicht würde ich das positive hören, als wenn man die Frau stellt, worum wir älderende Kinder verlieren. Aber, weißt du, wann wir die Gründe, und ich habe viele Gründe, und ich weiß nicht, wo sei der Titel mir, das wird erlauben, wofür ich wollte es erwähnen. Ich spürte es jetzt, ich habe einmal um den Titel gebungen, wenn es echt sein, einmal so eine Person, ich konnte nicht einmal bosig reden. Und ich wollte dann auch nicht bosig, damit die das alle mitreden sollen. Nicht so? Aber, wir wurden von vielen Fehler reden, wo wir gemerkt wurden von Älteren, oder vielleicht auch, wo wir gemerkt sind worden im Olden Testament. Wir wollen uns örtliche Geschichten nicht lang über Karte umführen, im Olden Testament, worum älderende Kinder verlieren. Und dann werden wir das als eine Lieder nehmen. Weißt du, das beste, was wir von vielen merken können, dort erst du von Lieren. Sind die mir da verstanden? Weißt du, worum werden wir einmal einen selben Fehler mehr und mehr merken? Oder wenn unsere Älteren, oder unsere Großelteren, und irgendeine Fehler gemerkt haben, worum wir da auch mehr? Was würdest du von Lieren? Und wenn unsere Veralteren, wenn wir im Olden Testament Personen in der Bibel haben, wenn wir in der Bibel dort so ein vollkommenes Buch, das ist so interessant, was ich das mal nennen würde, die Bibel, dort ist ein Buch in eine Schrift von Gott angegibt. Und die Bibel ist so abgeschrieben, die da nicht bloß all das Positive abschrieben. Wenn eigentlich die vielleicht von dir einmal so in irgendein Buch abschrieben, vielleicht von der Person oder so wieder, dann wird wir all das Positive, was wir von der Person ja einmal gelesen oder erfahren haben, dort wird wir im Bild nicht so geschrieben. Und wenn wir dort Negative, die Fehler, die Menschen gemerkt haben, die würden wir dann bloß zu sieben lügen. Die Bibel ist nicht so stört. Die Bibel, die Schrift, alles ab. Und wie wählen du von Lieren? Wird die Älteren, ich will Ihnen sagen, wer wir Lieren, wer wir Lieren von Geschichten, von Fehler, wo Veräldern oder sogar biblische Personen in der Schrift gemerkt haben, wer wir den nicht auch mehr an. Und die Schrift sagt, dort folgt Israel ihre ganze Geschichte von so stefalen, immer wahrer, erst abgeschrieben für uns. Für uns eine Warnung, dort wir nicht den selben weich gehen sollen. Ich weiß nicht, Jungen, die sind vielleicht befriedigt, die denken vielleicht so, von der ist nicht ein Thema für uns. Jo, das ist ein Thema für Jünger. Ich habe Jünger, dort einmal so gehen, Jünger, dort die beginnt, so gedacht haben, so ist deine Älterin, die behandelnd, so wurscht, die deine Kinder keinmal behandelnd. Ich habe einmal so gedacht, dann wird dir das blöde gleich üblich nicht so. Oder vielleicht habe ich einmal Gedanken, über ihr gemerkt, wo wird die, wenn die waren, wenn Gott die Tätigkeit wird schenken, die waren die befrieden, die waren ein bisschen nach in Vorder oder in der Mutter sind, zur Kinder, wo wollen die die erziehen? Wo wollen die die verleben? Wo wollen die dort über das Wort? Wir möchten doch dort über das Wort geändert werden, nicht so? Und mit den Älteren, ich komme mich dazu feststellen, wenn die Älteren sind, wenn du im Glauben sind, dann hat die ein sehr höchst und sehr wichtiges Ziel im Leben. Oder vielleicht solltet es sein, ein sehr großer Mensch. und die gerätste Mensch, ein Gläub wird älteren Jäumels im Leben haben können, dort ist, dort soll noch mal ein Tag mit ihrer ganzen Familie werden im Himmel nennen können. Wer hat nicht das Ziel? Kann ihr das feststellen, älteren, dass die wissen, dass ein von jüriken hat nicht im Himmel nennen können. Wenn man sich nennen hat, älteren, Gott wird uns verwandeln unbedingt. Wir waren in der Ewigkeit, wo wir anders sind als jetzt. Aber einem ist das meist nicht unterschiedlich als einem wird den ganzen Himmel verdorben sein. Wenn einer mal uns und denken soll, du fehlst jemand von der Familie. Ich würde nur wie in dieser Tid leben, wo wir unsere Familie in unserem Meer haben. Hier sind Eltern, die kleine Kinder haben geschaut. Hier sind Eltern, die Jungschallern, die Jugend, die sind, die sind, die sind. sind, die sind. Die Kinder brauchen das Weisheit. Das braucht viel Leben, viel Geduld. Das wir mit der Familie recht am gehen. Das die Familie kann werden. Gott will ihr verlet work. Also das glaube ich soll alle Eltern ein höchster Ziel sein. dort wie selbst mit unserer ganzen Familie den Tag wenn wir waren verankommen dort wird sein kommt die Trühe auf der Weg wird für Jün treu gemerkt ist worden von am Beginn der Welt. Dort ist eine Nodach. Wenn wir wirklich mit diesem Verlangen in dem Ziel leben dann sollen wir uns anstrengen von dem dann soll wir das wichtig nehmen mit unserer Familie mit dem Apostel Johannes erklärt er nicht von seinen leiblichen Kindern aber er sagt in 3. Johannes 4. Versch dass er hat keine Rater Freude als er sieht dass seine Kinder in Wahrheit wandelt seine Kinder Und du hast es gottlos gejagt und du hast es gezeugt, aber die Kinder haben sich bewusst trägt, weil sie nicht mit diesen Dingen mehr eingehen. Dort fällt es sich nicht so, dass es von einem eine Krone, ich meine gerade eine Krone ab dem Kopf gekriegt hat. Oder wenn einer dort hier, dort sind unsere Kinder, dann war er der Herrführer gewesen. Die sind dort, wo alle angelegt haben, die Dame. Die Dame redet, die Schwünsche redet oder all den Trübeln, was sie gemerkt haben. Und die werden unsere Kinder in Acht nehmen. Wir merken, und ich weiß, dort viele Mal merken Eltern so eine große Fehler. Und dort ist es nicht so, wenn die Eltern dann nicht alt sind oder gerade sind, die Familie ist groß, dann kann man all die Kinder so stehen, so wenig, als wenn die Kinder sind. Und die Eltern, die können viel besser die Kinder drehen, wenn die Familie noch klein ist. Wenn du dir das klein versiehst, dann wird einmal eine Worte sagen, jetzt sind die Gräufe, jetzt wollen wir nicht mehr hören. Jetzt haben die Erde wirklich angeschlossen, jetzt können wir nicht reden, meine Worte. Dort geht uns dann ein Schlag. Und ich weiß, dass es von den Eltern, die Rohren fehlen. Die haben so ein Schlag, die sind deutlich bedrückt. Die haben einen gebrätenen Hort, wenn sie an ihre Kinder denken, wo sie sind, wo sie in der Welt leben. Und ich will nicht haben, dass mich von denen so verstehen, dass Kinder in ungehorsam leben, dass sie dann immer, immer, bloß mit den Fingern nur die Eltern wissen können, sie sind schuld. Ich möchte, die mich dort nicht übel nehmen würden. Dort ist nicht, was ich will sein. Trotzdem glaube ich, dass sehr viele Eltern schulden und haben. Und wenn ich die Punkte erwähnen will, worum Eltern die Kinder verlieren, dann werden wir uns in diesem Spiegel stellen, in Frieren. Sie ist so. Sie ist so. Oder wo ist das in meinem Leben? Über die Entscheidung, die können Eltern nicht für die Kinder treffen. Jeder Kind muss sich selbst für den Herrn Jesus Christus entscheiden. Wenn Eltern diese Entscheidung für ihre Kinder merken können, ich weiß, dass christliche Eltern, die würden diese Entscheidung, oder wie ein ganz junger Älter für ihre Kinder merken. Aber du bekommst so viel Geduld und so viel Gebet, dass Eltern beten würden, fürbitte würden für ihre Kinder, dass Gott Genut schenken wird, dass Gott die Kinder beworben wird von besonders schwierigen Dingen. Wenn die Eltern ihre Kinder verlieren, was ist mit dem Verlieren gemeint? Was will ich damit sagen? Einmal, am schlimmsten ist es, wenn Kinder so angemuten, groß sind, ich weiß nicht, wie viele Jahre, so 18, 18, 20, und dann fangen sie an, nur die Welt, sie gehen nur die Welt zu drehen, sie sind nicht mehr, sie können nicht mehr in ihrem älteren Haus leben, sie gleichen dort nicht mehr, als es durch ihr Leben wird. Dann gehen sie einfach, das älteren Haus verlassen, gehen in der Welt näher, und leben einfach ganz mit dem Strom von dieser Welt mit. Die Älteren können nichts anfangen, die Kinder gehen bloß weich. Im Beten ist der Verlorener Sein. Er ging einfach weich von dem älteren Haus und lebt in gottloses, verschwenderisches Leben, so wie es in Lukas Kapitel 5 sein wird. Dort ist vielleicht das Älterste. Das andere wird vielleicht sein, das wird vielleicht nicht so schlimm sein, aber dort wird sein, Kinder bleiben vielleicht noch bei den Älteren, aber die kommen irgendwie nicht mit. Die Kinder wollen nicht, die Älteren, die möchten, dass sie auch das christliche Leben leben, sie möchten, dass sie im Glauben sind, dass sie den Glauben annehmen würden, aber sie wollen nicht. Sie bleiben zwar Tüß, beleben ihr eh nicht, leben ihre ehren Interessen, aber alle anderen aus Gottes fährlich. Oder sie möchten nicht mehr, wenn die Älteren Tüß vielleicht anleiten, weil die Älteren, alle Älteren sind verschieden, haben vielleicht verschiedene Familienregeln, oder Ordnungen in der Familie, die Kinder stahlen sich durch die Älteren, die Älteren haben vielleicht eine Magen und auch, aber die Kinder wollen nicht, die Kinder kommen nicht, oder die wollen nicht mit der Bibel, wollen nicht mitkommen, mit Bibel lesen, mit Gebetsgemeinschaft, oder wenn die Älteren zum Gottesdienst vorwählen, dann haben die Kinder was anderes. Es sind was anderes wichtig. Vielleicht, oder in die Jugend, wenn sie schon in die Jugend nachkommen, dann haben sie nicht nur ein Verlangen, in die Jugend nachkommen. Sie sind irgendwie in eine andere Welt lebende. Und wir sind von der in einer anderen Zeit, aus 20 Jahren, oder auch aus 10 Jahren, von der, irgendwer sieht von der Tümmel, aus dem abgewachsen wird, dann wird es noch nicht so gewachsen, wie von der, mit all dem Asphalt, die wir sind sofortig, dort geht eine halbe Stunde, selber in der Großstadt, und kann durchleben, oder wir haben alle Zugang zum Internet, mit den Fonds, kann ans Taub reden, alle haben Dinge, planen, wie die Arbeit, nicht so. Die Jungen, oder die Jugendlichen, wollen nicht, die Älteren gehorchen, die Pläne, durch den Dach, alle haben Dinge, und dann zu Hause, es hat alle abgeklärt, oder alle berät, dann treffen sie sich irgendwo, vor einem vielleicht, gemeinschaftlich taub, in der Hand, ein gottloses Leben. Was ich dort meine, mit Älteren, wenn Älteren ihre Kinder verlieren. Aber, wann sind die Gründe, worum es dazu steht? Ich will viele Gründe erwähnen, und ich will proben, mich nicht zu lange, wie ein Grund abzuholen, an dem ich da kenne, der ich komme. Einen Grund, woran ich erwähnen will, worum die Älteren die Kinder nicht gewinnen, oder verlieren, dort ist, sie unterschätzen Kinder. Die sind nicht viel wert, sie tun sie unterschätzen, und dort ist wirklich eine neue Geschichte. Das ist wie in der Bibel immer wahrer, dort färten wir dazu, dort gerade die Menschen, oder sogar Älteren, ihre Kinder, zu wenig schätzen. Weißt du die Geschichte, als du mal frühest, nur Jesus kam, mit ihren Kindern, mit einem Verlangen, Jesus soll er in der Hänge bleiben, er an ihn beten, er an ihn segnen? Dann leiden die Jünger, weißt du, sie werden Jesus seine Jünger. Aber sie unterschätzen die Jünger. Dort sagt sie, fuhren die Früh aus und sagen, hey, wach hier, luch, luch, das kann man tun hier nicht. Weißt du, die Jünger unterschätzen die Jünger. Und dann sagt Jesus, das ernt soja, denken wir an, dann sagt die Jünger, luch die Jünger, nur mich kommen. Willst ein, die Hüter Gottes regnen? Weißt du, ein Kind ist, in Gott seine Jünger, büte ich wöhnlich sehr viel wird. In Gott seine Jünger, als jeder Kind, wo, 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 nicht sich dort es, oder wo, will dort auch es, ob dort es in Gott seine Jünger viel wird. Und dort soll in Anse Jünger, so anse Kängel, was wird sein. Weißt du, dort erst ein bisschen, zu Schöner mal gesagt hat, hey, hier du nur eine Arbeitstelle, wo gebiet wird, dann fragt er den einen, wo, da ist du hier? Und dann sagt er, ich lege eine Tegel ab dem anderen, oder eine Steine ab dem anderen. Dann fragt er den anderen Arbeiter, wo, da ist du hier? Und dann sagt er, ich tue hier eine Wund in der Hechtmühle. Und dann fragt er den Drähen, dann sagt er, ich bühe hier eine Kathedrale, da ist ein großes Schmucket gebiet. Möge die Arbeit in aller und einander Zell hier. Bloß einer, der sieht in einem Ding so viel geraten wird, in er kann den Eindruck, so ist das auch bei vielen Älteren. Einige Älteren, die kennen ihre Kinder nicht anders, als er gleich eine Tegel, aber andere. Meier wird erst nicht. Und sie sagen nicht das Ziel, sie sagen nicht das Ziel, die Zukunft von ihren Kindern, was sie da waren können. Älteren, ich will nicht mal sagen, habe ich nur noch Kämmer und gedacht, wenn sie in den Kindern von denen abgetragen, die ihnen was sie da waren können. Glaub ich nicht, das kann eine Kathedrale geben, wo sie nicht mehr zeigen. Das kann eine gewollte Gottesarbeit geben. Aber noch, so viel, so viel geraten wird, so wie ich in den Kindern nicht so. das ist glückgeltig. Und so, ich lege eine Tegel auf eine andere. Oder vielleicht, ich bin eine Wunde in der Haare. Wenn ich an die Kinder so viel abbelieren und abtreiben kann, dass sie so viel klug sein, und so viel schaffen können, dass sie ihr eh nicht leben merken können, dass ich die nicht immer feiern möchte, und sie will auch zufrieden. Ich will nicht aus Älteren so denken. Aber dort ist eine so glückgeltige Anstellung. Ich lebe an Ziel, Älteren, ich will ihnen zeigen, das Ziel von unseren Kindern, das soll weit, weit heller sein, als bloß eine Wund abbekommen. Wir wollen, was Gräuter dort entwarnen wird. Und dort sollen wir unbedingt mit dem Ziel leben. Soll wir leben. Wenn sie dort hier in der Nachmeldung die Älteren sagen, da sind Kinder. die Älteren. Aber wo sei ihr dort hier? Wo hittet sich dort, wenn du was gesagt, die Älteren. Dort ist es sehr verachtlich, nicht so? Wo glaube ich, die Kinder folgen, wenn sie dort hier in der Älteren sagen, die Älteren sind, die Älteren sind am Stich. Da haben sie alle schwänzt gemerkt. Dort haben wir die Kinder gedauert, nicht so? Weil die Wiedern fährt und Kinder unterschaut. Und ich merke, dass ich mich auch aneufe, ob er immer noch und ich kann mich noch erinnern, dass ich so nach der Bengel wäre, dass wir einmal, wenn wir ein Jaß haben von der Älteren geholfen, dann gräute Männer, die büren sich rauf und reden zu mir und begrüßen mich. Dort wäre bei mir so eine Unerkennung. Ich wäre nicht so gewarnt. Wenn Papa die Älteren die Älteren kriegen, dann würden die Älteren die Älteren und meine Älteren gehen, die es begrüßen, die in der Hand geben über die Älteren würde ich nicht mehr über die Älteren reden. Und ich würde die Älteren wenn du vielleicht im Gang irgendwo älteren stuhlst, dann würde ich vielleicht gut die Älteren begreißen, wo die Älteren sein, wenn ich muss. Dort ist ein Ort von Älteren unterschätzen. Wir sollen Älteren abheben, wir sollen ihn begrüßen, wir sollen ihn wünschen, was du von ihm verlangen oder entgeben, was immer wir können. Den anderen Grund würde ich erwähnen, dort ist Kinder nicht gewollt. Vielleicht sind die Kinder nicht gewollt. Aber dort ist so sehr schuld, dort dürfen sogar Älteren die Namen sich Christen. In der hat eine Familie, die Kinder sind nicht gewollt. In Ekläufe denken die Älteren so, dort sie verstärken haben, das Kind weiß nicht. Die Beschreibungen sagen, dort ein Kind hat eine fair Geburt und ganz klar mit Gericht, wenn ein Kind nicht gewollt ist. Und wenn ein Kind nicht gewollt ist, beobachtet das mal, so ein Kind fällt sich immer zum Ewigen. Das ist das Wahrheit. Kinder werden nicht gewollt sein. Und dann noch, wenn ein Kind ist, ist, wenn dort bis eine Los schien zu sein, mit das Kind ist, so ein Schuh, von der Mütter und Väter haben vierten Söhne gedacht, dass unsere Kinder ist immer los. Schuh, die Familien waren immer klein da, immer klein da, und wir sind noch ein Großteil, große Familien. Ich weiß nicht, das sind die Menschen, wenn ich gesund oder nicht will, ich ich kann haben, ich weiß das nicht. Und bei einer wäre, würde ich beobachten, Familien waren immer klein Und wenn jede Bibel studiert, dann wollte ich ein Ding beobachten. Grote Familien wurden in der alttestamentlichen Zeit, in der Klebe auch in der niedtestamentlichen Zeit, immer aus den Serien beschrieben. Immer. So und von der, check mal, check mal so an, die sind nicht so gewollt. Weit ihr, wir sollen Busse tun. Wenn dort in unserem Leben so ist, wir sollen Busse tun. Eine andere Ursache, worum Helden ihre Kinder verlieren, weil sie dort erst, wenn wir in Richter lesen, ich wurde von der Obus und Porphage lesen, in Richter Kapitel 2, Versaßen wieder, ich wurde die Bibel lesen, du sagst, dass es das als Gesur das Volk entlassen hatte und die Kinder Israel hingesogen waren, jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen. Und da mein Kanaan, diente das Volk dem Herrn, solange Gesur lebte und die Ältesten, die noch länger nach Gesur lebten und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Dann sagt er, da starb Gesur, der Sohn uns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils, im Tinnatheres, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gash. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen eine andere Generation auf. Möge hier ein Ding, in 5. Mose, der Kapitel saß, ich kann den Fahres, der sie oben immer erwähnt, wo er nochmals sah, Du seht, Gott, Mose, dort sie sollen die Känge dort entschauen. Sie sollen dir dort empfangen, sie sollen davon reden, dort sie mich nicht vergeten wurden, dort wurden behaul, wer ihn gemerkt hat, wer ihn geraten hat, wer ihn aus Israel oder aus Ägypten rückgelegt hat, wer für ihn gesorgt hat. All die große Wundertechnungen, die sollen sie ihre Familie märten. Und hier sagt es so, in den Tinnatheres, nur dem dort Gesua, in den Ältesten, wo er mit Gesua-Tub gelebt hat und gestorben hat, kam nach ihnen eine andere Generation auf, die den Herrn und die Werke, die er an Israel getan hatte, nicht kannte. Was meint das? Die kannten dort alle nicht. Warum nicht? Weit ihr, die Älteren, die wurden die Kinder nicht dort beigebracht. Die wurden dort nicht verteilt. Die Kinder kannten dort nicht. Dann sagt dort Jesus dort, da taten die Kinder Israel, was böse war vor dem Herrn, dienten den Baalim. Mit dit will ek sein, ein nächster Grund, wengwür die Älteren ihre Kinder verlieren. Und wo die hier funkt, dort leiden war er auch. Dort Israel raufkeimen, im Gärzendienst nennen, dann wurden sie von ihren Fien untergegeben. Und wenn die nur die Nummer schütteln, wo viel dann sterben, dann lest die Geschichte. Ich will euch von den Nummer schreden. Über viele Düsende, bitte hunderte Düsende starben. Woran will es erkundig unter sein? Älteren haben ihre Kinder nicht dort. Dort wurde Gottes in der Gottesfurcht beigebracht. Dort wird ein Grund. Ein anderer Grund. Älteren haben nicht leu für ihre Kinder. Und wenn die Kinder machen leu haben, die Kinder, die machen dort gefühl haben, die Älteren gleich in mir. In der älteren Haus, du musst leu sein. Da fährt ein, wo es ein Kinder ab, und haben dort gefühl, dass sie kriegen schöne Leu von der Älteren. Ich glaube, ich meine, dass das nicht unbedingt immer stimmt. Das glaube ich, ehrlich. Aber, zu mir sieht mal wer, ein Mensch läuft doch dort, wo es gefühl. Und wenn Kinder das Gefühl haben, wir wurden nicht geläuft in der Familie, dann wurden die Kinder dort auch geläuft. Und was passiert nun? Ich habe so viele Geschichten erlebt, wenn die Kinder sein, die in der älteren Haus nicht geläuft werden. Dann treffen die sich mit dem ersten Freund. Und dort kann wirklich ein gottloser Freund sein, ob er während einmal das Gefeuil geben hat, dort echt leufe die. Dort kann in diesem Fall ein Junge sein, in einem Jahr oder in einem Jahr, in einem Jahr, in einem Jungen, wenn er das einmal hört, dort echt leufe die. Und was gefühl ist, dort so ein Abfall, das wurde, dort haben die im älteren Haus never gehört. Dort sind Freunde der Soz, dort zusammen in der Familie, wo der Eind sein, echt leufe die. Und dann kommt ein gottloser Freund, da sagt die Kinder dort, da gebt die Kinder das Gefeuil, dort soll er entgleicht. Und was passiert? Das Freund, der gewinnt das Hort, die kriegt das Hort von das Kind. Und wenn du das Hort von das Kind kriegst, und das Kind von den Älteren, über das Gefeuil, auf die Älteren, gleiche mit euch, wer wird das Kind prägen? Wer wird das Kind unleiden? Wer wird das Kind wiederbringen? Dort sind diese gottlose Freunden. Und du willst sagen, älteren, leufe die Kinder. Mit leufe meine ich nicht die Kinder alles geben, woran er entjankert. Die Nerven wird auf sein. Dort ist nicht, woran er leufe meint. Aber wir machen einen dort Morgenlohn. Wofür wird sie ein Anzeigen sein? Dort werden sie ein Gleiche tun. Wir machen einen öbnen Ohr für ihn haben. Wir machen ihn vor Gefahren beschützen. Dort ist ein Kind eine Freude mehr. Älteren, weißt du euch, was du nicht mehr Freude mehr hat? Wenn du dort nicht weißt, dann weißt du euch, was du nicht sagen, dann hast du viel zu wenig Gemeinschaft mit der Familie. Ich glaube, älteren sollen krass, krass weißt, woran er die Kinder Freude mehr hat. Dort die Kinder in der Freude mehr, nehmt die Zeit für die Kinder. Wenn wir schraut und älteren dann muss wir gieren, dass die Familie sich für uns Zeit nimmt. Nicht so. Dort ist es dann sehr angenehm, wenn die Kinder sich an die Älteren kümmern. Obwohl die Kinder klein werden, die Älteren wollen die Zeit haben. Die Namen sich für ihre Kinder. Weißt du, was ein Kind mal gebetet hat? Ein Kind bebetet hat, er muss in Fohen sein. Er muss in Fohen sein. Weil wenn er in Fohen sein wird, dann wird Papa immer mit mir sein. Oder Mama. Was ist das für eine Wohl? Ich glaube, die Kinder sehen sich nur die Gemeinschaft mit den Älteren. Was ist das, wo uns die Zeit fällt? Wo sind wir? Wo haben wir uns verbessert? Wo sind wir im Leben angekommen? Wo so glückgeltig sind unsere Kinder beschäftigt unsere Dinge. Und dann kommen die Kinder noch gerade über dem, wo ich so richtig beschäftigt werde mit diesen Dingen. Kommen die Kinder mich vielleicht an den Rock reden. Und Frau mir vielleicht gesagt, dass ich nicht hören kann, wo ich zu kregen. Dann schreckt ein Mensch auf das Kind. Weil die vielleicht auf das begin sein. Aber dort würde sein. Wenn das passiert, ein Kind schlitt sich Tau, dort wird das Hort schlitten, und wenn wir Eltern nicht mehr sind, wenn wir Eltern sagen, wenn jeder einmal machen, die kennen das Kind nicht mehr bin, dann ist das Kind in Säure gefährdet gesteht. Dann dort wird mit. Da Dinge durch reden. Frag das Kind, das Kind zu sehen, das Kind für dort. Wenn du in Futter bist, muss es gehen, oder angeln, oder es ein trip. Wenn dein Freund mit nimmst das nächste Mal, wenn du guckst, oder schau mit, dann nimm dein Kind mit. Dann vertel es mal. Probe das Hort trete . Wenn sie sehen, wenn die Hort wird verschwungen von dem Kind in der gefährliche Tid. Und die Kinder, die sind dort fährt, wo frendlich wie andere Menschen sind. nicht. Oh, weil du sind Kinder, die sehnen sich nur so eine Mama. Eine Mama, die geht mit dem Schlupfstuhl vorbei. Und dann geht das Kind und Dann bet das Kind, Gott soll ihre Mama so merken wie die Kinder ist. Weil die Kinder mal sagen, wie wir waren die Kinder top wach. Dann trafen uns mit unseren Nubbers oder mit allen Fremden Lied und haben so ein scharf das Gesicht. Wir können lachen, wir können vertalen, wir können spüßen. Die Kinder sind oft gänzlich. Die Kinder sind oft gänzlich. Mehr, wenn Mama und Papa zu uns auch mögen. Aber wer soll uns nur im Hort legen? Die fremden Menschen? Sicher, weil wir zu fremden Menschen auch fremdlich sind. Wir sollen unsere Kinder nicht nur eins sein? Wenn nicht erst, dann wollen wir unsere Kinder verlieren. Wir wollen unsere Kinder verlieren. Ein anderer Grund, warum alle die Kinder verlieren, ist dass sie erlauben den Kinder alles, was sie wollen. Seien und scheinen etwas auf. Wenn wir die Geschichten lesen von David, David sagt die Bibel wie ein Mann Gottes über seine Fehler. Trotzdem wird ein Mann Gottes von seinen Fehler lernen. Da wir sind erst geboren. In 2. Samuel 13, Vers 21. Die Bibeln sind ein bisschen verschieden. Vielleicht wird einer oder anderen sagen, ich fange nicht mal in meiner Bibel. In meiner Bibel ist auch ich bin. Und erklärt das in der Elberfelder Bibel in den Meurer Eversatungen du hast ein Sozbän wird in örtliche Bibeln nicht erst. Und ich habe den hier abgeschrieben und das sagt du so das ist David sein älster sein Amnon seine Seine vier Wolken dort also David seine Tochter dann wird David so ja da Opa dort sagt aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zu leiden denn er liebte ihn weil er sein Erstgeborener war. So heute er nicht auf sein was dem nicht wurde gleich wenn er geboren wird läuft er an das ist sehr schuld wenn ihr ein anderer sehen von David wie Adonia wenn er Könige Kapitel ein versahst du sagt sein Vater David hatte ihn nie gekränkt etwas verwehrt sein Leben lang dass er gesagt hätte warum tust du das wenn ihr dort diese Sehens sterben Luther Amnon und Adonia Mö David dort hier reich mit er wenn David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes wird und er nicht reich der Bibelzeichen spricht in 29 Heft hier Rute und Strafe gibt Weisheit aber ein Knabe sich selbst überlassen ein Knabe sich selbst überlassen dort meint dort wird du vers Kinder sind erziehungsbedürftig wir können niemand sagen dort unsere Kinder nicht erzogen ein Kind wird erzogen alle Kinder sind erziehungsbedürftig also ein Kind sich selbst evoluten macht seiner Mutter Schande ein wiederes Beispiel von Eilie die Geschichte von Eilie kann ich ein bisschen ein paar Falsch lesen dort sagten 1. Samuel 2 Vers 12 aber die Söhne Eilies waren böse Buben die fragten nicht nach dem Herrn in Vers 22 in 23 du sagst Eilie aber war sehr alt und erfuhr alles was seine Söhne taten dem ganzen Israel und dass sie schliefen bei den Weibern die da dienten vor der Tür der Hütte des Stifts und er sprach zu ihnen warum tut ihr solches denn ich höre euer böses Wesen von diesem ganzen Volk so ich soll mal eilig wissen sin sin sehns werden die Priester die deuten du und im Tempel das werden die häste der hell sollen sie sein aber sie deuten abschessliche Dinge am Tempel und dort deuten sie Gott rütt fordern und wird dann wieder sagt in Kapitel 3 3 in Vers 24 sagt aber sie gehorchten ihres Vaters Stimme nicht und dann sei wie vielleicht oh dort älter sind zu tun die Kinder sagen oh Kinder das nicht das hat sich geschlagen das hat sie eilig sagt hier dort sind schlechte gerufen unter den Menschen sonst wenn dort der einzelne Grund ist worum er 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 lebt er sehns gottlose Leben er er heilig betrübt hat Gott er so angehorsam wird aber er sagt oh wer dann sagt hier die sehns heuchten nicht in Kapitel 3 denn ich habe es ihm gesagt Gott dass ich Richter sein will über sein Haus ewiglich um der Missetat willen dass er wusste wie seine Kinder sich schändlich hielten und hat ihnen nicht gewehrt Gott seht die juli du wisst wo deine jungen werden und du hast den nicht gewehrt und du wein seht Gott wo ich dort weich nehmen und dann wieder kommt die Geschichte wieder dort die Storben diese Sehns die kommen auch an also so ich kann sein wo älter Kinder alles erlauben tun dort ein gottloses Leben viert und dort Gott in Luther bestrufen wird und dort älteren dann ihre Kinder verlieren weil ein anderer Grund Väter verachten die Gebote Gottes dort ist ein anderer Grund weil älteren die Kinder verlieren das sagt in 2. Samuel 2. Vers 9 dort ist von Davids in die Geschichte du sagst warum hast du das Wort des Herrn verachtet dass du solches Übel vor seinen Augen tätest und das wie die Geschichte von Davids wo er beging mit Batzeba und dann lieb er an den sinnen töten noch den Mohn dort töten Leute im Krieg bloß am sinnen töten und das wie eine sagt der gefällt Gott nicht und dann kommt der Prophet Nathan im Vatal dort und dann ein Urteil spricht und er sagt wenn wir das getan haben soll Feuer mal treten was passiert David verlor Feuer Kinder hat Krieg kracht dort im Kopf also hier sagt Gott frucht David warum hast du das Wort des Herrn verachtet dort ist ein Grund wenn Eltern die Kinder verlieren dort sie verachten die Gebote Gottes und wer starf Ola einmal das Kind wurde geboren von Bezeba dort starf dort fängt in 2. Samuel 3. 28 Absalon starf dort fängt in 2. Samuel 8 in Vers 14 in Adonia starf 1. Könige 25 so dort werden die Feier sehen wo du starven willst David dort war das Herrn verachtet hohr ein anderer Grund was Eltern die Kinder verlieren ist dort sie ehren die Kinder mehr aus Gott dort seht Gott 1. Samuel 29 du sagst und du ehrst deine Söhne mehr als mich haben wir dort wichtiger seine Sehns er hat nicht den Mot seine Sehns zu unterbrechen von ihr gottlosen Leben und Gott sieht aus Resultat für das erreicht wird heute seine Sehns Meier ihr das arm sagt in 1. Samuel 2 von eindertig betreiendertig ich will nicht alle lesen aber du sagst dort dort waren alle Menschen mehr und ihr ernst sie waren alle alle jungen sterben und wenn wir wieder lesen dann sagst du wenn sie Männer geworden sind dann waren die sterben so älteren verloren ihre Kinder und ich hatte erwähnt worum ein anderer Grund älteren schicken ihre Kinder nun gottlosen Ungerreich ich würde von der aus stütz und ich wollte nicht lang von reden über kein Ungerreich als Peter aus ein gottlosen Ungerreich dort einfach bis aus eine Karte Erklärung weil die in Städte die Kinder werden wie hoch ütli in die Sälen der irgendwo eine Schuld aus Gottes herrschen wird dann wo er geraten wer wir unsere Kinder lieber gut schicken wie ich sage in 1. Korinther 15 33 lasst euch nicht verführen böse Geschwätze verderben gute Sitten so wer wir an die Kinder hand schicken wir sind von der Dankbar wir sind in Scholen im Darb wo christliche Lehrer sind du soll uns vor dem Himmel immer danken fair und immer mehr aber nicht immer passiert dort nicht alle wen es so dass Eltern die gelegen haben die Kinder zum christlichen ungerecht bringen so du weins brück dort einfach dort wie an klo an sein man wohnige Gesellschaft bringen wir an die Kinder meist immer es so dass Kinder krack in die Tid ihre frem wählen dann von wo die nicht mehr los kommen und sind meistens gottlose frem so noch einmal bete oder die Kinder tun selbst gott un recht noch mehr in den leber aus nur eine gottlose Schule entschicken ich will die noch ein Ding erwähnen wo dann verlieren äldre Kinder äldren reden schlecht über die Gemeinde da wird vielleicht irgendwer sagen oh dort du wie nicht Frau die du doch nicht wird die dort in vier Mose saß aus der Rotte Korach mit seiner Anhänger und von Schlag über Mose in der Unleitung zu reden wird sich dort entwickeln dort die von und Schlag zu reden über der Unleitung und dann passiert die Geschichte ist lang über dort ein von der Geschichte wird dort die ganze Rotte Korach mit all seine Anhänger Familien das sagt die ihr dort sich ob sie fuhren lebendig im Totenreich äldren verloren ihre Kinder wie sie reden schlacht über die Unleitung von der reden äldren vielleicht schlacht über die Gemeinde Leitung was Gläuvi wartet in unsere Kinder für eine Auswirkung tun wenn sie dort waren hier Papa rät schlacht von die Kirche wo soll dein Kind sich geümmelst zu verentschäden nur die Kirche zu gehen wo die Kinder sehr gut witen wo eine Schlacht ist weil die Hand hat immer gehört von uns tüs dort bitte nicht wenn die Kinder lüten mir nicht hoffen nur ich will nichts von dieser Kirche dann dort Bosse stört mit den Kinder wenn du mal ein sehen der wird nicht bekehrt der fährt nur Kirche er hat mit seinem Papa in Kirche und hat eine Predigt und sagt er auf und drunter er sich bekehren will weil wir sagen er von der Predigt und dann geht der Papa mit einem Nobert auf den Jungen besiehlt und dann hielt dort der Papa über den Predigt schlag rät das Jungen der Lothar seltsam und von wo häusig verschloten hat wo häusig aufgelehnt hat und dort was am isch bewegt hat dort wurde die Predigt oder vielleicht gepredigt hat dort hat am deut bewegt ob er ausser dott ist gehirt hat wo dort von predigt wird wenn Papa so schlag über dem gered hat er hat sich taug schlur weil das sind wo die geschichten äldre und seien dort sowieso sei schlag über die lehrer reden über dem lehrer über die 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 diakon über den jugend lehrer dort sowieso sehr schlag aber noch viel schlag wenn die jüne kenne tun dort ist ein jeff dort wird sehr viel deutlich in jüne kenne wirken wenn sie dort waren hier so wer nicht schlag über die gemeinde reden oder ein anderer Grund älteren sind schlechte Verbilder deine Kinder wurscht nicht verlegen mit den Wandel deine Kinder kennen den Wandel irgendwen wenn du vielleicht einmal das Werk trafst dem kannst du immer verlegen dem kannst du verhecheln die kosten ganz andere Menschen die kosten double das Leben führen die kannst um sind auch eine Person sein und eine ganz andere Person sein aber die Kinder wurscht nicht verlegen Väter und Mütter dort wie unsere Kinder ein Verbild hängen loben ein Sprechwort sagt wir lernen wir können solche Lyrics über Verbilder reden mit deine Kinder die wollen alle lernen von dort von hier hier aber die wollen deine Füllstrop hängen an ein Führer dreht sich an dann sagt er zu den Jungen hey weißt was pass ab wo du gehst no sagt das jungen merkt die keine sagen ecco bist die hängen an pass du ab wo du gehst ecco die hängen an dort ist die 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 Geschichte die älter hängen an und du wirst es an dort gaut du wie ein Führer der geht heute ging blitzschwag in sin sehende welt mit dem Führer und geht und geht im Schneu und Schneu er kann immer sein du hast die Papa gaut er bläst die Spuren hängen an weißt wo er dem traf in bar im Süppis du leid vor dem Sehenden und wenn wir erst dort gaut väter wenn unsere Kinder an sie herankommen wenn uns dort nicht gaut ist dann wenn wir an kehren wenn wir Buße tun wenn wir nur ein Verbild sind wo wir sollen ein Verbild sein ein anderer Grund ich habe am besten erwähnt wird erst dort älter vieren ein doppelt leben du war in einem jahr die jenke die gegrüht die wir saß zehn jahr und dann reden andere mit du und dann sagt die mir die 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 ist du wach und dann sagt die mir ich bin um holz voll von ein doppelt leben und sagt sie meine Eltern die sind thuis eine lade und in die kirk eine andere sehr wie auch so soll wie so leben wer will doppelt leben führen wir fangen in der Bibel von Geschichten wo Menschen ein doppelt leben geführt haben und haben große Schwierigkeiten im Leben gehört wird ihr labern schwier von Jakob und Jakob damit einmal host die unverhaf mit Familie in all sein haben wird verloten dort hat jede Geschichte wisst dass Rahel sich sein Haus gestohlen hat labern teilt ein frommer Mensch über Rahel hat labern sein Haus gestohlen dort die Geschichte bis ein klimat wieder lesen meist vor aus Jakob dann ist mit seiner Familie nur eine andere steht wo Gott am Ham raubt dann passiert was er geräutet ihre eine Tochter wird vergewaltig von der Volk in seine Sehns die Bräuter werden jammel sehr doll und dann geht die Geschichte lang wieder aber dann schlug mit einmal die Bräuter eine große her Menschen dort für das was sie getan hat und dann war Jakob so Angst die Fähne noch anzukommen die wollen ans Ola vernichten weil sie haben so was schändel getan und Jakob sagte zu sie und le ihr habt mich ins Unglück gebracht und mich bei den Bewohnern dieses Landes den Kananitern und Perisitern verhasst gemacht und ich bin nur ein geringes Häuflein wenn sie sich nun gegen mich versammeln so werden sie mich schlagen und ich werde mit meinem Haus vernichtet und dann geräubt Gott an dann sagte Jakob er soll schwän hier vortragen und was dann passiert er läuft bei mir die Geschichte so wird ich lesen 1. Mose 35 dann ging Jakob mit seinem Leben ein bisschen Däup und wenn er soll reich sein dann würde sein in Jakob seine Familie wie ein Däup Leben in 1. Mose 35 von einem wieder Gott sagte zu Jakob mach dich auf und zieh hinauf nach Bethel wohn dort und mach dort dem Gott der dir erschien als du für deinen Bruder Esau floß einen Altar da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen die mit ihm waren tut die fremden Gärter die werden in ihrer Familie die unter euch sind von euch reinigt euch dann sagt sie noch wechselt eure Gewänder Kleider ich weiß nicht ich will irgendwo sagen aber wer weiß wo diese Mial sich in der Öffentlichkeit hat sich gewesen ich weiß nicht und die Welt hat so gelangt dort die Welt von den Feen verlet in Messbrück war ich habe mir so nicht gedacht dort Jakob dort angesprochen haben wie man an die Kleider wechseln wir machen unsere Kleider wechseln so heute die fremde jahre von sich dann sagt wir wollen unsere Kleider wechseln und lass uns aufbrechen und nach Bethel hinaufziehen damit ich dort dem Gott der mich seit meiner Trübsal erhört hat und mit mir gewesen ist auf dem Weg da hielt sich so Gott wie mal mit mir aber vielleicht nicht mehr dann sagt du will den alt tor merken dann du war unbeten dann sagt da gaben sie Jakob alle fremden Gärter die in ihren Händen waren und ihre Ohrringe und Jakob vergrub sie unter der Eiche die bei sich stand so dann gau sie mal alles auf was in der Familie wird all das fremde und dann sagt sie brachen auf und der Schrecken Gottes kam über die Städte die um sie her lagen mit anderen würde ich mal so sagen Jakob hat sich mit seiner ganzen Familie heiligen und das Leben hat und wenn er hört dann kommt der Schrecken Gottes auf die Fälcher dann hat die Fälcher Angst Jakob Ich meine Wellanz wird nicht sein oder Wellanz wird sein Ich kann es einmal auf schlugen Ich habe eine Klock und ich höre die klingel irgendwo die sind Ich weiß nicht was die Klock ist Ich will ich noch ein paar Dinge erwähnen vielleicht Taubfoten wenn irgendwer bis sich denkt Ich kann es gut sein Ich habe gefehlt Wir haben unsere Familie schuldig gemerkt Wir haben das so lange gemerkt was reich ist Was kann ich tun Ich kann ein paar Tipps geben zum Schluss Nummer Eint Wir können uns dem Herrn dem 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 Wenn wir demutig und abrechtlich waren, haben wir uns gegeben. Vielleicht soll ich auch sagen, vor Gott und vor der Familie Busseden. Wenn wir Väter sind, wenn wir wollen, wenn wir Kinder in Busse leben, in frommen Leben führen, dann werden wir ein Verbild sein. Wir als Eltern sind nicht zu schuld, wir sind nicht zu groß, denn wenn wir erreicht haben, dass wir unsere Kinder demutig sind und die Sachen in Ordnung bringen. Wenn wir Väter würden, würden wir so einen Unterschied merken, wenn Papa oder Mama mal nur die Kinder gehen und sehen, weil es mit den Leuten das dann so handelt, gerade durch und durch. Wenn es dort und dort mal passieren wird, weißt du das noch, wo ich dann sagen darf, wo ich dann sagen darf, wo ich dann handeln darf, wo ich in die Worte ausbrechen darf, mit der Leute, wisst du mir das bitte vergeven? Das würde die als Vater, die als Mutter eine Kraft sein, die die Dauer verhalten, für das nächste Mal war das denselben Fehler mehr. Und die Kinder-Leute, das können wir auch tun, die Leute zum Ausdruck bringen, weil du siehst, wer ab dem Weg von der Läu lässt sich fehlen ordnen, wo es anders nicht zu ordnen geht. Ab dem Weg von der Läu kommen viele Ordnen, wo es anders nicht zu ordnen geht. Was braucht den verlorenen Sehenträger? Ich erkläre das wie die Läu vom Futter. Heu wisstet die Futter gleich mehr. Die Dären sind oben. Ich kann drei kommen. Und dann kommen die Sehenträger. Und wenn du das drei kommst, wirst du für eine Freude. Diese Freude habe ich aus Älteren beleuchtet. Wir können auch, wenn alles nicht haupt, entsteht wie ein Zullen. Das immer beschworen wirken, schworen wirken, und weil ich einfach zu ihnen sage, einfach Gottes Sache übergeben. Gottes Sache übergeben. Heu haf, für alles ruht. Und auch der Letzte, schau mal ab hier mit beten. Noch es hoppning do. Solange es die Kinder leben, solange es Odem in die Kinder ist, es noch hoppning do. Wer wird danach das Klagelieder zwei Versen nicht hin sagen, war ich einfach der Nachabstehen und schrieende Gott. Gott erhebt gebeten. Und damit einmal, wo wir sagen, die Kinder, wo sie sich vielleicht so schön haben, haben wir verloren. Die sind, waren gewonnen. Die haben der Herr irgendwie überwunden mit seiner Leib. Die sind geraten, und können froh und mutig in die Zukunft gehen. Wird die so eine Älterin, wo glücklich sind so eine Älterin, wo die Gewissheit haben, ich bin mit an die ganze Familie gebeten. Wenn der Herr Jesus kommt, wir können mit einem gebeten in die Herrlichkeit nehmen. Wird ihr, dort muss ich in jedem von heute wünschen. Und wenn jeder wird zu tun können, da wird. Heute können wir diese Fehler merken, die ich erwähnt habe, die Menschen gemerkt haben, wer wird die Fehler gut merken, und wie das weißen, was das mit sich gebracht hat. Mocht der Herr sehen, wiedersehen. Herr Jesus, wir loben, wir preisen, wir danken dir für all die großen Wunder, die du getan hast. Wir danken dir für so eine klare biblische Bilder, wo wir so viel von lernen können. Viel von dir sind sehr schön, die sind auch sehr gut gerannt, aber viel von dir ist auch nicht so schön gerannt. Aber Herr, glaubt ihr, wie würden du von lernen, dass wir würden uns warnen lohnen, dass wir nicht dieselbe Fehler machen. Herr, ich bitte für jeder älteren, die hier ist, die vielleicht sehr schwer haben mit ihren Kindern, die nicht rot haben, die nicht weißen, wo sie gehen sollen mit ihren Kindern, dass sie entwiesen, dass sie zu tun haben, dass die Kinder mit ihnen in die Gemeinschaft kommen. Vielleicht sehen sie noch keinmal, aber sie würden gerannt sein. Wir würden richtig sein, mit unserer ganzen Familie taub in der Heiligkeit angehen. Herr, er muss dir das in die gräutige Uhr schenken. Amen.